Konnichiwa, meine Freunde! Schön, dass ihr wieder da seid und heute habe ich den guten Andrew mit am Start. Servus! Was machst du auf deinem Kanal so? Ich mache rund um mein Regiestudium, mache ein bisschen was Filmanalytisches und wenn ihr Bock auf Filme habt, dann könnt ihr ruhig bei mir vorbeischauen. Und der Min, den kennt ihr schon. Mr. Ananas ist auch noch mit am Start da hinten im Hintergrund und der liest uns jetzt nämlich Zitate vor. Ich habe mir gedacht, Leute, was ist denn... Wir haben ja jemand... Du machst ja Film und so weiter, ne? Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen Zitate aus Filmen und Anime und raten mal, was... Hey Min, was machst du so? Tja, kein Anime, kein Filmziehter. Ja, wahrscheinlich. Der Min ist bärenstark, wenn es um seinen Papa geht. Also wir haben uns gedacht, wir nehmen Anime-Zitate und Filmzitate und raten dann, ob die richtig oder falsch sind. Derjenige, der falsch liegt. Der kriegt... Der kriegt... Der kriegt... Ah... Huh... Das in Hard... Ab. Also... Sind wir schon... Ist unsere Intention schon... Das in Hard... Das in Hard... Das ist Bescheid. Das in Hard... Ah... Au... Ihr wisst, was ich geschafft habe. Ich habe wirklich in die Decke da oben ein Loch hochgeboxt. Mit einem seiner Videos. Meine Freunde nennen mich Lenny, aber ich habe keine Freunde. 3, 2, 1, Film! Ja, es ist der Film Arizona Junior. Amerikanische Bauteile, russische Bauteile, die kommen doch alle aus Taiwan. 3, 2, 1, Film! Richtig! Der Film Armageddon. Gerechtigkeit ist der Schlamm, der dich geradewegs in die Hölle zieht. Anime! Fuck! Es ist der Anime... Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's nicht gewusst! Ich hab's nicht gewusst! Also ich hab einfach nur geraten. Okay, warte, warte. Ich darf jetzt... Ich darf jetzt mit... Mit meinen... Hier ist du? Ja. Beides! Ah! Das tut mir sogar weh, Mann! Warum? Also auch richtig drauf. Oh! Alter! 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 Das Geräusch, ey! Als er was getrochen... Alter! Das hat voll weh gesagt! Er schluck meiner Seele genommen, ey! Er schluck meiner Seele genommen! Ich hab gehört, du triffst nicht mal das Wasser, wenn du aus dem verdammten Boot fällst! Und... Es ist Film! Ja, ist Film! Ja, ist Film! Gott ist nicht zu Hause! Er ist in Las Vegas! Anime! Es ist Anime! AAAAAA! AAAAAA! AAAAAAAA! 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 Jetzt kommt die Abrechnung, jetzt kommt die Abrechnung, jetzt kommt die Abrechnung. Das klingt so, das klingt richtig mies, das klingt richtig mies. Warte, warte, warte. Der hat mich jetzt so, der haut mir aufs Knie. Dann lache ich jetzt mal, aber dann weiß ich, dass ich noch eine bekomme. Jetzt mach, Mann! Vor allem, du stolzst mich hier auf Feuer treffen, wo treffst du hier hinten, Mann? Bist du blöd zum Treffen, Alter? Ich würde sagen, wir machen mal weiter, oder? Ich war auf einer Ghetto-Hauptschule und so hat man mich nicht behandelt. Ich hatte eine geile Kindheit, aber zwei Jahre Hauptschule, die hab ich gebläht. Alter! Kein Gott, kein Buddha, keine Engel existieren. Oh Mann, ich kann auch wieder so was... Das ist ja richtig gemein! 10! Anime! Es ist der Anime-Ange-Ange-Ange.. Welche Anime ist das? Angel Beats! Angel Beats! Habe ich nicht gewusst, ich habe nur geraten. Hey, jetzt kommt deine Wache, jetzt kommt deine Wache, Bomi. Alter, Alter! Alter, da ist ohne Scheiß, da ist nichts zwischen Knochen und Haut, gell. Das tut so scheiße weh. Alter, ey, da ist nichts. Meine Fresse, das kann doch nicht sein, ey. Ich habe es gemerkt, aber es ging, es ging. Aber wahrscheinlich, weil das noch weh tut. Und dann scheiß zwei Finger auch noch weh tun. Aber jetzt wird so krass ruhig. Seid ihr bereit? Nö. Wenn man alles hat, was man sich wünscht, ist man wirklich glücklich? Film! Anime. Yeah! White Pearl. Ich glaube, es war eigentlich ein bisschen sehr hart. Oh, warte nur. Oh, warte nur. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt ziehe ich durch. Also, jetzt ziehe ich ordentlich durch. Wir sind Polizei gehandelt. Einer wird seine Hand finden. Für Gewalttätigkeiten wurden wir nicht ausgebildet. Film! Es ist ein Film. Demolition Man. Du, Demolition Man. Schock. Ich bin so Schweiß gefadet. Ja, warte nur. Wir sind hier, um die Demokratie zu erhalten. Wir praktizieren sie nicht. Film! Es ist der Film Crimson Tide. Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem, du Arsch. Oh Gott! Film! Es ist der Film. Das Leben ist Brian. Geil! Okay. Wir strafen genug bekommen. Wie kannst du denn treffen? Wow! Wow! Dann sag ich mal vielen Dank, dass ihr beide da wart. Schaut auf ihre Kanäle, sie sind beide verlinkt. Und zwar einmal hier der Andrew und hier einmal der Min. Unbedingt vorbeischauen. Schreibt Hashtag Und dann wisst ihr, dass ihr von mir kommt. Wow! Willst du nichts besseres eingefallen? Sayonara! Ciao!